Glaubt ihr, kann ich die Süßigkeiten noch essen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich will sie auch nicht verschwenden. Es sieht ja schon sehr lecker aus, oder? Naja, hinten ist halt Kleber dran. Aber was ist, wenn ich einfach nur... Das Rolle ist, ne? Lecker. Ich glaube, den hier sollte ich lieber nicht mehr essen. Den lieber... Hilfe, es geht da nur die Nuss. Ja, ne Leute, das esse ich echt nicht. Aber die Smarties, ich liebe Smarties.